Okay, da ist der Tresorraum. Sieht nach einem Standard-3-Karten-Sicherheitsprotokoll aus. Also wirklich, wieso lernen diese Leute nie was dazu? Hoffentlich verbergen sich die Schlüssel tief in den Taschen dieser Tiger-Wachen. Ich muss schnell und möglichst unsichtbar sein. Eine falsche Bewegung, dann springen die Sicherheitssysteme an und der Tresorraum verriegelt sich dauerhaft. Protokoll 10 tritt in 10 Minuten in Kraft. Ich muss erst mal seine Bahamas chillen. Das sind alle Schlüssel. Nächster Halt, Sicherheitszentrale. Ich habe das, glaube ich, noch nie so gemacht, dass ich die zwei an der Tür bestohlen habe. Einmal sehen wir es erst mal. Wenn die da hängen. Das ist voll laut, dass sie das nicht hören, gell? Äh, wo? Wacht da. Computer? Benützen Sie die Computer? Was ist los? Ist das eine Übung? Keiner, die angekündigt wurde. Zuhören, im Bereich ist irgendjemand. Verteilt euch und nicht nach Eindringlingen. Keine Gefangenen. Bewegung. Glaubst du, das ist Batman? Man könnte der gepanzerte Typ da ein bisschen Probleme bereiten. Eigentlich beide gepanzerte Typen. Boah, jetzt bin ich wieder so langsam unterwegs, gell? Ja, wir gucken mal, wir gucken mal. Mit dir fangen wir an. Du bist Nummer 1. Äh, du bist doch von Nummer 1. Scheiße, noch nicht. Was? Gehen die auch so zusammen? Hier, spazieren kann. Der bleibt so schön. Ich hab nie beobachtet, dass das eine Holzwand ist, gell? Guck mal, was ist ein Depp? Zielperson verschwunden. Zählt mal durch. Das zählt leider noch zu nah. Verwundeter, bei meiner Position. Zählt mal durch. Zählt mal durch. Na komm, bewick dich mal. Ah, scheiße. Ach, scheiße. Oh, ich hab's gefunden. Okay, es reicht, es reicht, es reicht, es reicht, es reicht. Oh, ich hab's nicht geschafft. Scheiße. Was war das denn für ein Glitscherei? Naja, ich bin schon lange nicht mehr K.O. gegangen hier, ne? Was ist los? Jemand öffnet den Tresor ab. Ist das eine Übung? Eine, die angekündigt wurde. Zuhören, im Bereich ist irgendjemand. Verkaltete und sucht nach Eindringlingen. Keine Gefangenen. Bewegung. Das gefällt mir nicht. Glaubst du, das ist Batman? Ich hoffe nicht. Dein Sonderberg. Mit ein bisschen Glück. Was war das für ein Mauerglitch, äh, für ein Grafikglitch eben? Zielperson verschwunden. Verfolgeziel. Ihr habt einen weniger. Strengt euch an. Oh, jetzt fängt der Hund da draußen schon wieder an, ne? Der geht mir auch auf die Innis. Hier, Tiger 54. Wir haben Sichtkontakt und können bestätigen, dass das Ziel im Stahlwerk ist. Ich wiederhole, Batman hat das Stahlwerk betreten. Gut. Setzen Sie das Stahlwerk auf die Liste der wichtigsten Ziele. Protokoll 10 wird sowohl Batman als auch Joker vom Angesicht der Erde fehden. Ziele markiert. Das Stahlwerk ist nun ein Ziel der Prioritätsstufe eiserrot. Anzahl der Bomben um 500% erhöht. Machen Sie Tausend daraus. Verstanden. Noch drei Sekunden. Zwei. 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 Ey, als ich das erstmal gespielt habe, das war, weil ich nicht abgingen hier. Bewegung! Weitere Verwundeter bei meiner Position! Sehr schön. Jetzt seid ihr weit genug auseinander. Du bist der Letzte, gell? Zählt mal durch! Da machen wir die Linie! Kontakt mit Catwoman! Ich wollte mal kurz gucken, was hier eigentlich alles liegt. Ich hab's noch nie gemacht, so hoch im Detail. Na dann, versuch mich mal mit deinem Gestrüpp einzufangen. Ich warte. Oh, tut es sehr weh, Ivy. Ivy? Sieht aus, als hätten wir unseren Eindringling. Erteilt ihr eine lektion. Sieht aus! Guck mal, wie die alle fliehen hier. Da fliehen sie wieder, ne? Weißt du Bescheid. Und tschüss. An alle, wir haben Sichtkontakt. Das Stahlberg wurde getroffen. Ich wiederhole, das Stahlberg wurde neutralisiert. Gut, warten Sie bis Protokoll 10 abgeschlossen wurde und schicken Sie dann eine Gruppe rein, um Batmans Leiche zu bergen. Verstanden, Sir. Hey, Selina, du schaffst das. Geh einfach und lass ihn zurück. Ist ganz leicht. Du verzeihst dir das nie, Selina. Rette Batman und dann raus hier. Er ist Batman. Ist ja nicht so, dass er sterben würde. Oh, ich habe nur ein Follower. Warum habe ich keinen Alert gekriegt? Cruising 33. Cruising. Cruising. Okay. Also auf jeden Fall Hallo. Und abonieren wir uns ja auch den 200er. Okay. Wir haben das Fake-Ending eh schon gemacht. Deswegen gehen wir hier lang. Seit wann hast du eigentlich an Gewissen? Meine Alerts sind die aktiviert. Was soll das? Muss ich denn hier alles alleine machen? Nicht sterben, Batman. Ich komme, um dich zu retten. Hä? Warte mal, warte mal, bin ich jetzt falsch gelaufen? Ich glaube, wer wird doch. Das ist doch der Raum, wo ich reinkam. Achso, doch, da. Ich war nur etwas verwirrt. Okay, jetzt merkt man auch. Jetzt merkt man auch deutlich, was hier bei Protokoll 10 abgeht. Warum geht meine Alerts nicht? Tja, wen haben wir denn da? Ich dachte, du könntest meine Hilfe gebrauchen. Hast recht. Glaube, ich habe mir einen Nagel abgebrochen. Bleib du lieber grüblerisch. Die Witze übernehme ich. Ich schätze, wir wissen jetzt beide, was Protokoll 10 ist, nicht wahr? Wenn du es stoppen willst, wirst du dich beeilen müssen. Oracle, Strange lässt Arkham City vom Wander Tower aus mit Raketen unter Beschuss nehmen. Kümmer du dich darum. Joker hat Talia. Ich werde ihn verfolgen. Das kannst du nicht tun. Hunderte würden sterben. Ich brauche deine Hilfe, um den Angriff zu stoppen. Er wird Talia töten. Sie müssen das zu Ende denken. Batman kann diese Menschen nicht sterben lassen. Mein Sender aktiviert sich nicht. Leite sofort alle Waintec-Satelliten um und verstärke das Signal. Das kann ich nicht tun. Ich weiß, dass es nicht leicht für Sie ist, Sir. Aber wiegt dein Menschenleben schwerer als der Tod von tausend anderen? Tu das nicht, Alfred. Batman muss Gotham retten. Tut mir leid. Aber tief in Ihrem Herzen wissen Sie, dass ich recht habe. So ist es. Oracle, verliere auf keinen Fall Talias Signal. Okay. Der Turm ist verriegelt. Ohne Codes komme ich nicht rein. Einer der Hubschrauber wird das Hauptsteuerprogramm einsetzen. Ich muss den Hubschrauber nur noch finden. Ziel wurde getroffen. So, jetzt war das Spielchen ja. Ich muss unter den Hubschrauber bleiben, ne? Ziele wurden bekämpft. Sektor 4 brennt wie ein Weihnachtsbaum. Beziehungsweise ich muss die nur scannen. Aber darf auch nicht gesehen werden. Wichtigte Treffer. Insassen wurden neutralisiert. Ich melde mehrere Treffer in Sektor 2. Der ist nett. Spannende doch. Halt auf jetzt. Mehrere Ziele neutralisiert. Große Anzahl von Leichen. Außer Reichweite. Was soll das? Arneke. Stetige Treffer. Mehrere Insassen gefallen. Hallo. Ich bin... Ich komme da nicht hoch. Der Totschi ist halt. Eigentlich steht das, was hieß ja, oder? Gebäude getroffen. Das heißt, hier habe ich noch geordnet. Ich will die da scannen. Ziel wurde getroffen. Obwohl ich eigentlich die Codes für die Tiger-Wachen schon habe. Alle Ziele bekämpft. Die wiederholen mehrere Treffer. Ziel wurde erfolgreich bekämpft. Ich habe den Code. Begebe mich zum Wander Tower. Gut. Du tust das Richtige. Mit dem Code dürftest du durch einen Wachraum am Haupttor hineinkommen. Wenn Talia etwas zustößt, sag Alfred, dass es seine Schuld war. Bestetige Treffer. Mehrere Insassen gefallen. Ich bin gut. Wir haben Batman. Der Ziel ist nichts. Wir haben Batman aus den Augen verloren. Wiederholen. Zielperson ist verschwunden. Die Zielpersonen kommen, wiederhole, Bandmann aus Bereich geflohen. Warte mal, wieso ist denn der nicht ausgenaut? Bumm, wir können 20 Insassen streichen. Im Glitch ist der, warum? Schlau-Kopf. Mehrere Ziele erfasst und neutralisiert. Die Musik ist halt einfach nur episch. Wie alt ist jetzt Atom City? Zehn Jahre? Trotzdem noch so geil. Aber die sind neutral, was macht ihr? Ja. 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 Ja.